Bei diesen Bildern kribbelt es schon beim Hinsehen. Millionen von Spinnen überrennen gerade Teile des Bundesstaats Victoria im Südosten Australiens. Ihre Netze bedecken, ganze Wiesen sind scheinbar überall. Einige nennen das Phänomen deshalb auch die Spinnenapokalypse. Bei den Tieren soll es sich um sogenannte Webspinnen handeln. Sie leben normalerweise in ihren Netzen nah am Boden, wurden aber durch Regen und Hochwasser in der Region gezwungen, in höher gelegene Gebiete zu flüchten. Um sich vor dem Wasser zu schützen, spinnen sie ihre Netze hier über Wiesen und Gräser. Die Spinnen sind schon die zweite Plage innerhalb weniger Wochen, mit denen die Menschen im Süden Australiens zu kämpfen haben. 1. Mai wurden sie von Millionen Mäusen heimgesucht, die vor allem den Farmern in der Region zu schaffen machten und für Millionen Verluste auf den Feldern und bei der Ernte sorgten. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.